Hallo Freunde, willkommen zurück zu Arise of the Light. Arise of the Light. Und sofort weiter. Die Gäste, die wir jetzt haben. Was ist das? Was ist das? Ich habe eine kleine Geräte. Was ist das? Das ist das? Was ist das? Das ist das? Nun, spätestens jetzt sollten wir erschnallen, was hier passiert ist. Oder was passiert, was immer noch passiert. Das ist das Bild, was wir in der letzten Folge schon gefunden haben. Wie es ausschaut, ist jetzt schon alles zu spät. Was ist zum... Oh baby, crazy shit. Oh baby, crazy, crazy shit. Ah, da ist der Spielautomat. Um solche Drahten, den gleich in Angriff zu nehmen, sobald der Strom da ist. Und wir haben ganz am Anfang der Folge natürlich. Ach, verdammt. Ah, Herrgott. Man sieht das hier aber aus so schlecht, ne? Na, Junge, willst du mich bearschen? Okay, also nochmal. Jetzt, da ist nämlich die Sicherung drin. Ne, wir brauchen eine Sicherung. Ne, das habe ich gefeuert. Ne, wir brauchen die Sicherung. Hallo, ich möchte aufhören. Okay. Nehmen wir mit. Nun gehen wir in den ersten Stock zurück. Ganz am Anfang haben wir ja schon in die Filmrolle genommen. Der erste Volk. Ja, was ist denn da los? Der erste Volk. Ja, danke. Deutschuntertitel wäre jetzt mal gut. Alles zwar eingestellt, aber geht nicht. Das war so großartig. Das ist ein anderer. Wir brauchen die Wettbewerbe. Wir brauchen die Wettbewerb. Wir brauchen die Wettbewerke. Wir brauchen die Wettbewerbung ohne Protokoll. Und die Wettbewerbung ohne Protokolldien. Der erste Volk ist ein weiterer Wettbewerb. Das ist ein weiterer Wettbewerb. Wir brauchen die Wettbewerb. Nicht so viel zu verändern, sondern die Wettbewerb. Es gibt ein 추가-Wettbewerb. Die Wettbewerbs-Wettbewerb. Das ist gar nicht so viel verstanden. Der erste Volk sollte der Raum mit dem X sein. Ach so, vielleicht war ein guter Klug. Da ist er. Da ist er. Schlüssel. Okay, ist wieder etwas zu lesen. Solltet ihr? Allein schon für einen Erfolg. Okay, auf Pause. Gut, dann könnt ihr euch das durchlassen. Hier ist ein Stuhl. Oh, mir juckt das Auge, Leute. Oh, ekelhaft. Wenn das Auge juckt, juckt es. Ich habe den Strom schon. Klasse hier, Strom. Strom brauchen wir immer. Wir brauchen Strom. Strom, Strom, Strom. Ah, da ist es auch. Hier ist wieder das Ding. Strom. Okay, jetzt müssen wir hier dieses Rätsel machen. Ah, das hat gestimmt. So gehört sich das. So gehört sich das. Okay. Nun. Alles klar. Nice. Es ist an. Und jetzt können wir uns auch den Film da oben anschauen. Den müssen wir komplett anschauen. Es gibt übrigens zwei für ihn. Es gibt übrigens zwei für ihn. aaah, das ist characteristics, wenn wir uns nicht ver photovereinchen. Wir nab Gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aufschlussreich. Ich habe etwas gelernt. Ich glaube, diejenigen haben nichts gelernt. Untertitelung. BR 2018 Grüß dich, ha? Leid. Man muss übrigens einen bestimmten Weg laufen, sobald ihr da weiter geht. Dukelheit, falls ihr spielt. Erst diesen Weg. Und Licht. Dunkelheit und Licht sind zwei Seiten der Münze. Wir sind die meiste Zeit im Licht gewesen. Wir sind die die in das Licht hinaufgleiten. Ist das die Unterwelt? Noch ein Licht. In dem wir nicht reinlaufen können. Wir steigen nach oben. Wir gehören zu den Zählen, die nach oben geleiten. Wir steigen nach oben. 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 Dann gehen wir sich direkt an den Wektor nach hinten abschalten. Untertitelung des ZDF, 2020